Ich hab jetzt mit meiner Grenade voll gehittet. Komm sterbt, ich revive euch. Du bist ja gerade in der Aufnahme. Du hast dich dumm geschrieben, ne? Entrick, so, äh, for sure, und dann immer so, Komma, Bro. Warte, wer, wer, wer? Entrick. Ne, hat er nicht. Doch. Aber er hat nicht Bro geschrieben, sondern B-R-U-E-R-U-H. Hä, ja, das ist in Amerika aber so, die sagen das so. Ja, weil die so behindert sind da. Hauptsache es kommt aus Amerika und die sind behindert. Da hab ich dir in die Fresse oder lieber geschrieben, dann ist man so. Lol, bester Sporn. Dann, er so like, ich so dislike, delete, kill, er so control, alt, delete, ich so shift, da hat mir so ein Lama geschickt. Ey, ich bin grad nem Gegner nachgejoint. Ich, ich stand hinter ihm und hab ihn direkt gemessert. Gekillt. Ne, 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 der stand mitm Rücken, der, der stand an der Säule und hat sich grad geheilt wahrscheinlich. Da ist hier so ein Mädchen, aka Daniel, die Denkerin. Ähm, da hat er wieder irgendwas gestriegt, aber hab ich geschrieben, kill ihn und verbrenn ihn. Sorry, ich kann dich leider nicht wiederbeleben. Egal, passt schon. Dann Redlegs. Da merkt. Bin schon. Oh mein Gott. Und du auch. Es wird jetzt für dich voll die Verwirrung sein, weil Voice over P und manchmal ja, manchmal nein. Treff ihn doch, Junge, wie ich drauf war. Oh, da sch- oh, 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 oh. Scheiße, man. Okay. Oh, da hat ja jemand was im Chat angefangen. Better B4 oder better, äh, BF3. Ich hab's. Ich stell einfach Commander an. Oh Mann, jetzt hat der mich schon wieder mit seiner scheiß Shotgun. Dann. Okay. Ähm. Okay. Weitere. Danke. Wer war das? Muss ich mich da jetzt grad über Voice over IP bedanken? Ich glaub nicht. Ich schick dir jetzt gleich mal. Äh, das passt ja nicht, Mann. Wir verlieren grad Punkte. Du würdest nicht so schlapp lachen. Okay. Oh doch, ich will mal deine Reaktion sehen. Auf der Aufnahme. Also, sagst du mir was oder schickst du mir was? Ich schick dir was über dein Handy. Okay, gut. Es ist so lustig. Ich muss auch noch Hendricks Verlauf vorlesen. Aber erstmal müssen wir Punkte holen. Du würdest so schlapp lachen, glaub ich. Oh Gott. Sicher. So, jetzt komm ich aus Madrix. Sehr gut, dir gibt's bei Battlefield 4 eh zu wenig. So, erstmal Voice over IP. Erstmal das... Ich hoffe übrigens, dass die Lautstärken stimmen, weil irgendwie... Bis abgehen. Warte, warte. Ich hoffe übrigens, dass die Lautstärken stimmen, wollt ich noch sagen? Das stimmt leider, aber bei Battlefield 3 waren viel mehr. Nein! Aber noch positiv. Äh, hast du schon geschickt? Okay. Guckst du dir ein Vollbild an? Das ist ja richtig eklig. Spielt ihr Mothgien-Server oder? Nö, wir wechseln eigentlich jede Aufnahme. Oh, ich bin schon wieder tot. Okay, jetzt lese ich vor. Also, ich hab geschrieben. Morgen 11.05 Uhr bei MacKiss. Hendrik? Geht bei mir leider nicht. Muss... Muss noch... Warte, was ich da noch... Ey, ey, ey. Nein, nein. Das war gestern. Muss noch das Referat für das Seminarfach fertigstellen. Die Videos zieh ich einfach auf nen Stick und gebe sie dir Montag. Okay? Ich so... Schade und gerne. Er... Schnitzel. Ich... Pommes. Leider falsch. Eiscreme. Geschmacksrichtung. Senf, Passionsfrucht, Biersoße. Ich so... Lachsmilies. Äh... Freitag. Ähm... Entschrieben. Wieder falsch. Korrekt wäre... Schweinegrippe, Maul und Klon solche Smiley. Und die Finger wären längst nicht mehr an der Hand dran. Ich so Smiley. Er so Facepalm. Er ist richtig hässlich gewesen wieder. Okay, ich mach nicht. Ich bin Commander. Incoming. Incoming. Es tut mir übrigens leid, dass ich wieder M416 spiele, aber wir brauchen halt Sannis und da ist M416 halt OP. Welches Team bist du? USA. Spiel... Spiel mal mit mir! Okay, welches... Ja, welches Squad bist du? Moment, Moment. Oh, ne, nicht Option. Ne, doch gleiche Option im Screen-Dingens. Welches Squad bist du? Moment! Hm? Moment. Golf. Sorry, war zu langsam. Außerdem waren das so viele Gegner. Egal, bin schon wieder neu gejoint. Nein, welches Squad, nicht welchen Sport. Na schon. Oh mein Gott. Ja, richtig schlimm. Golf ist Gel, ne? Äh, Golf ist F, ja. Weil du kein Leader bist, kann ich dich nicht sehen. Ja, egal. Aber sag mir, wo Gegner sind und so. Also, das seh ich eigentlich bei Locker, aber... Das ist aber Ghosting, das macht man nicht. Hä? Na klar, dafür ist der Commander doch da. Eigentlich benutzt man als Commander Voice over IP, um das zu sagen. Und wenn du's mir per Skype sagst, dann ist das ja wohl nicht schlimmer. Der Voice over IP hat der Commander gar nicht. Klar, du kannst sogar vom Tablet mit deinen Leuten reden. Oh. Okay, wir hauen EMP raus bei C, Mann. Alle sind bei C. Ja, unten drin, scheiße, ja. Wiederbelebt! Und da beim C zum Außengang. Komm schon, ich brauche ein paar Kills. Ich habe, äh... Bin gleich negativ. Bin glaube ich sogar schon. Ich weiß noch, bevor ich nach Amerika geflogen bin, habe ich immer so Team Deathmatch auf Operation Locker gespielt, weil einfach... OP spricht nur die Müllabfuhr. Orang strickt nur die Müllabfuhr. So, bei D sind ein paar Menschen... Sind bei C noch? Ne, wir nehmen D schon ein. Oh, ich bin der Squad Leader! Geil! Ja? Und wir führen wieder, auch gut. Aha, jetzt kann ich dich sehen. Sehr gut. Ich bin jetzt nur noch mit German Dream hier drin und du bist der Commander. Okay, also Leo ist jetzt der Commander, Nico. Also ich fördere euer Squad mal. Okay. Gib euch Material. Oh ja, danke. Jetzt sind wir hier bevorzugtes... Bevorzugtes Bonson Commander Squad, oder was? Proxy-Angriff, ich hau alles bei euch raus gerade. Ey, der läuft mir echt nur nach. Ist voll geil. Sag ihm, er soll's lassen. Wie kann ich nochmal in deine Position wechseln? Nein, der wurde getötet. Hinter mir. Pass auf, hinter dir. Oh, das hat er mir auch gesagt. Voll geil. Ich hör den sogar. Ist das ja nervig. Wie kann ich... Danke, hab ihn geholt. Dich sehen? Weiß ich nicht. Ranzoom. Macht man mit Brau... Mit dem Mausrad. Ich war beendet. Wie du warst beendet? Du warst vom Admin gekickt. Warum? Weiß nicht. Wie der... Wieder ping? Ne, kick bei Admin. Reason? Keiner. Ich war fast einmal so geil. Battlefield 3 von Pete Smith irgendwie. 20 Leute in der Warteschlange. Und der Admin kickt Hardy, weil er halt auf dem Server war. Und er so... Kickt by Reason, hallo. Und dann erstmal schön in die 20... Unten bei C ist alles voll. Unten bei C, okay. Danke, ich werd vielleicht langsam versuchen hinzugehen. Hehehe. Hehehe. Ich freu mich schon, dass er mit dir spielen kann, man. Hehehe. War das ein Gegner? Ja, ich wollte... Ne, das war ein Gegner. Hehehehe. Hehehe. 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 Scheiße. Wow, er dreht sich noch zu der Seite. Ja, hab ich zu spät gesehen, aber ich hab noch zwei mitgenommen. Hehehe. Hast du gehört? Hehehe. Hast du gehört? Sag ich. Ich hab... Also, wir müssen jetzt mal die... Äh, Zuschauer... Unterhalten. Hehehe. Ja, ja, mach mal. Hehehe. Nein, wir verlieren. Wir müssen kurz... Warten, bis was geladen hat. Oh, oh. Oh, oh. Der Händeberichter. Das ist ja ein Problem, man. Wenn du hier... Alter, deine Ping gerade wieder, ne? Oh, wir verlieren voll. Die haben vier Punkte und sind grad auf dem Weg zum fünften. Oh, Mann. Was soll man laden? Das ist doch freundlich. Entschuldigung. Hehehe. Hehehe. So, so. G-Gefakt. Entschuldigung. H-Gefakt. Hinter uns, überall, bei B. Ja. Es sind einfach zu viele. Also. So. Hm. Wir haben mal wieder ein Nuke-Team erwischt. Hehehe. Ja, immer. Äh... Könnt ihr auch an mir liegen. Ja, wir spielen einfach gegen die Admins. Das ist es. Hallo, hallo, hallo. Hallo? Leo, was ist das? Entschuldigung. Snapchat ist das. Von wem? Von The Verge. Oh. So eine Nachrichtenseite. Die haben Snapchat, die hauen jeden Tag irgendwie 50 Sachen. Oh Gott. Ich sag grad, da waren wir, ey. Äh, du hast irgendwie mit mir geredet, aber ich hab's nicht gehört. Äh, ne, ich wollte nur fragen, was du so machst und raussuchst und alles. Ach so. Also, wir können jetzt mal euch ein bisschen informieren. Ich hab einmal von der Granate erwischt. Nein! Ich wurde von der Granate erwischt, aber lebe noch. Niemand hat mir, äh, E-Mails geschickt. Ich bin traurig. Ja, stimmt. Äh, sag doch nochmal die E-Mail-Adresse so, dass alle nachlesen können. Oder schreiben. Nachlesen. Frage... Hast du schon die M4-Richtlin? Ja, die M4-Richtlin? Ja, die M4-Richtlin? Äh, äh, Leo, du hast grad, Leo, du hast grad geleckt und German Dream hat, ähm, geredet. Ich hab gar nichts verstanden. Nochmal, bitte. Warum? Ist das so? Ey, genau, das kann ich mal erzählen. Ja, mach ich. Also, ich bin bei der Telekom, ja? Mhm. Mach schnell, du hast, äh, 10 Sekunden. Internet und, ähm, ja, hab da angerufen, weil ich mich beschwert habe, weil ich 400 Kilo bitte wegen Internet kriege. Okay, geil. Vielen Dank fürs Zuschauen, Rest erzählen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.